Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Risen 3. Wir sind hier jetzt auf Antigua und werden uns direkt in meiner Kneipe umhören, ob hier irgendjemand was weiß von... Moment, ich weiß gar nicht mehr welches es war... Äh... Blick der Magie, genau den. Ob jemand davon ne Ahnung hier hat. Da krieg ich hier bestimmt ne gute Auskunft. Wir bauen die Stadt wieder auf. Okay, schön für dich. Wir haben die Trinken? Sachen gibt's. Ja. Mach dich nur lustig. Das haben die hier bestimmt gerne. Hey, sag mal, du siehst aus, als wärst du schon ein bisschen herumgekommen. Ja, stimmt. Du kennst nicht zufällig einen Wächter? Zufällig steht hier einer vor dir. Das trifft sich ja ausgezeichnet, Junge. Ich hätte da ein Angebot für dich. Erzähl mir von deinem Angebot. Also pass auf. Ich habe hier so ein... Ding. Ich weiß nicht, ob ich das wissen will. Was? Wie auch immer. Dieses Ding ist eine Art... Hm... Ich weiß nicht. Am besten schaust du es dir selber mal an. Perfekt. Das ist das, was ich haben wollte. Das ist ein Prisma. Man benutzt es, um in die Astralsphären schauen zu können. Aha. So ist das also. Wenn man durch dieses Prisma hindurch guckt, glimmen manche Objekte so merkwürdig. Ich habe schon ein paar dieser glimmenden Objekte gefunden. Ich nenne sie Glimbjekte. Sie fühlen sich etwas warm an, wenn man sie berührt. Gut. Allerdings sind meine Augen sehr schlecht. Deswegen wollte ich jemanden bitten, für mich nach Glimbjekten zu suchen. Gibst du es mir jetzt bitte wieder? Nein. Äh, ich will ihn nicht einschüchtern. Nein, das Prisma wurde von den Magiern gestohlen. Ich behalte es. Was? Ich habe gar nichts von niemandem gestohlen. Ich habe es hier beim Kartenspiel gewonnen. War ja klar, dass ich das Ding nicht mehr wiederbekomme, wenn ich es einem Magier zeige. Wenn du es mir schon nicht wiedergibst, könntest du mir wenigstens noch ein paar Glimmjekte bringen. Ich werde dir helfen, ein paar deiner Glimbjekte zu finden. Das Prisma hast du ja bereits. Durchsuche damit die Hütten hier am Hafen. Wenn du noch vier Glimbjekte findest, würde mir das reichen. Danach kannst du das Prisma von mir aus auch behalten. Viele finstere Gesellen sind da draußen unterwegs in diesen Tagen. Hm, okay. Glimbjekte sind diese lilanen. Nehme ich an. Was soll das? Warum schleichst du hier rum? Ich versuche ihn mal einfach zu nehmen. Pass bloß auf! Der Hammer, der macht. Hast du ein Problem? Hm? Gibt es hier ein Problem? Willst du, willst du, willst du ein Problem? Was gibt es Neues? Was genau willst du wissen? Wie machen sich die Wächter? Ah, komisches Volk. Die trinken ja nicht mal vernünftig. Keine Ahnung, wofür du sie mitgeschleppt hast. Sie sind gute Kämpfer. Ich bin jetzt auch einer von ihnen. Meinetwegen. Aber ins Glas gespuckt wird bei mir nicht. Ist das klar? Äh, obwohl, ne. Ne, ne, ne. Ich brauche nichts. So, dann gucke ich mich mal weiter um. Die Glimbjekte waren wir vorher aus Sachen, die ich nicht hätte aufgenommen. Wieso wird der Kug nicht angezeigt? Warum ist er lila? Äh, pink. Ich glaube, weil er mein Begleiter ist. Wieso sind hier oben denn Sachen, die ich noch nicht eingesammelt habe? Ach, jetzt ist hier, stimmt, hier ist ja jetzt alles, äh, heil gemacht worden. Das harte Muscheln. Kann ja auch mal so rumgehen. Muss ja nicht immer die astrale Sicht anhaben. Ich finde, die bringt einen ein bisschen raus aus der Atmosphäre. 16 Tage sitze ich in Spencers Spelunke fest und suche den Kerl, der mir mein Glas Auge geklaut hat. Neulich nacht hat er mich genau beobachtet und hat irgendwas von einer Höhle voller Spinnen auf Kila gefaselt. So ein Mist ohne das Auge kann ich nicht vernünftig zählen. Hm. Eine Höhle voller Spinnen also. Aha. Muss ich mir jetzt alles nochmal ganz genau angucken. Dummdi-Dumm. Aber so geht's, glaube ich, ein bisschen schneller. Was? Da reicht mein diebisches Talent nicht für aus. Wenn ich hier das Teil die ganze Zeit anhabe. Wieso war da ein Messer? Gibt überall Messer. Ich glaube, hier war ein Messerwerfer zugange. Die werden mir nicht mal angezeigt. Das Gewehr da kriege ich. Mal noch eine Schatzkarte. Die wegkriegen. Was für ein Kaffee. Moment. Das stört echt niemanden? Hau schon ab! Wir bauen die Stadt wieder auf. Okay. Okay, ich habe anscheinend keine Konsequenzen. Ich darf mich halt nur allgemein nicht hier erwischen lassen. Du, ich war aber noch gar nicht fertig. Nee, habe ich einfach einen umgebracht. So, da hinten den Goldsack wollte ich noch haben. Und da ist noch eine Truhe. Die Truhe kriege ich auch auf. Ich weiß aber immer noch nicht... Oh, das sieht ja cool aus. Ich weiß aber immer noch nicht, warum manche Truhe angezeigt werden, manche nicht. Äh, ich müsste mal gucken bei meinen Fähigkeiten. Nee, bei Magie. Hast du das ja alle Arten von magischen Gegenständen? Wertgegenständen? Ach so, gut. Da wird einfach entschieden, ob was Wertgegenstände ist oder nicht. So. Hier ist nichts mehr. Mach das nicht nochmal! Ja, ja. So, da drinnen kann ich mich wahrscheinlich nicht so frei umsehen. Na, scheint doch wieder ganz okay zu sein hier alles. Moment, die Muscheln schnappe ich mir. Ey. Ach, das Feuer sieht auch cool aus. Ich frage mich nur, wie weit man damit sieht. Also, ab wann ich mir sicher sein kann, dass irgendwo nichts ist. Okay, aber es scheint die Performance wirklich kein bisschen zu beeinträchtigen. Ich erinnere mich an Duke Nukem Forever. Da gab es auch so irgendeine besondere Sicht und da hat die Performance wirklich getötet. Ah, Moment. Hier schläft gerade jemand. Da komme ich von hier aus nicht ran. Muss ich einmal rumgehen. Da ist nichts. Ein sehr großer Löffel, wenn ich das so sagen darf. Ja, das ist ganz gut, um Häuser nochmal leichter oder schneller zu überprüfen. Die Astral-Sicht. Jetzt, wo ich sie eh habe. Ist hier irgendwo ein magischer Gegengestand? Anscheinend nicht. Aber hier ist viel Zeug. Okay. Was das sein sollte mit den Löffeln da, da hatten die Entwickler wohl einfach zu viel Freizeit. Raus hier! Hey, Emma. Okay, du willst nicht mit mir reden. Ja, verschwinde von hier. Kann sein, dass mit Pink auch die Schlafenden markiert werden? Okay, nein, die ist leer. Da war ich schon mal dran. Komm, sie ist eigentlich ja eine ganz nette. Ich habe jetzt gerade eine Idee. Verstauen. Kann ich auch alles Zeug verstaunen, was ich nicht verkaufen kann? Ich gucke mal kurz irgendwo, ob ich ein beispielhaften Gegenstand finde. Okay, nee, die Sachen, die ich nicht verkaufen kann, kann ich auch nicht verstauen. Verdammt. Mal sehen, die Stimmgabel gab ihnen einen besonderen Klang vor. Ein Ton, der ihre Gesänge begleitete und sie in Trance führte. Eines Nachts nahm ein Dieb die Stimmgabel und flüchtete nach Kalador. Ah ja. Ich glaube, das hatte ich schon gelesen. Den Text gab es auch vorher schon. Nein, da ist niemand. Ich renne doch schon. Und fort renne ich. So schnell mich die Füße tragen mögen. Da ist noch eine Truhe oben. Hä? Ach, das war das Wasserversicht. Ach, da steckt schon wieder Messer in der Wand. Hallo Griffith. Dieses Mal versaufe ich nicht alles, versprochen. Hm, glauben wir mal. Tun wir natürlich nicht, aber wir behaupten es. Das ist die Truhe. Ach, die konnte ich nicht öffnen. Darum wird sie immer noch markiert. So einfach bin ich zu verwirren. Glasschwert. Okay, das war sogar ein Questerfolg. War das ein legendärer Gegenstand? Ja. Nachkampf plus 5 ist es unzerbrechlich. Davon hatte ich schon mal gehört, aber... Na, cool. Ist hier irgendwo was... Magisches? Ja. Der Wiesennetz der Störung. Natürlich. Die Namen könnten nicht blöder sein. Und da kommt gleich wer hoch. Das hier klingt interessant. Der Alchemist überließ seinen antiken Stürz... Ich glaube, das kenne ich auch schon. Hm. Hm, hm, hm. Ah, diese Astralsicht. Oh nein, jetzt finde ich aber auch noch viel mehr Muscheln, als ich vorher gefunden habe. Das ist keine gute Sache. Ach, und da hinten ist ein Kraut, das ich übersehen habe. Oder was neu ist. So, hier muss ich auch alles überprüfen. Ich brauche ja diese Glimbjekte. Ja, schon ein bisschen. Ist aber nicht meins, also kümmern wir uns mich nicht. Hallo? Hehe. Nö. Mal sehen, wenn ich's kann, kann er's mir eigentlich auch beibringen. Aber nee, nee. Das wäre Verschwendung, weil ich keine Stichwaffen nehmen werde. Schon mal etwas von Bergkristallen gehört? Natürlich. Wegen magischer Kristalle bin ich ja hier. Bergkristall ist eine ganz besondere Form. Ich fand drei von ihnen hier in der Nähe eines Gewässers. Gib mir deine gefundenen Bergkristalle. Warum sollte ich das tun? Meister Farruko schickt mich. Er braucht die Kristalle dringend. Oh, du kennst Meister Farruko. Dann will ich sie dir geben. Beeil dich aber mit der Übergabe. Farruko wartet schon sehr lange darauf. Sehr gut. Ich bin auf der Suche nach einem Prisma. Hm. Meinst du das Prisma, das Erasmus vor langer Zeit von Piraten gestohlen wurde? Ja, woher weißt du? Du bist hier auf Antigua und suchst nach einem Prisma. Irgendwie offensichtlich, oder? Ich weiß leider auch nicht, wo es ist. Aber vielleicht solltest du dich mal unauffällig in der Taverne umhören. Vielleicht hast du ja Glück. Ja, das weiß ich ja schon. Was wirst du nun tun? Ich bleibe erstmal hier und versuche den Piraten beim Wiederaufbau ihrer Hafenstadt zu helfen. Mein Gefühl sagt mir, dass diese Insel noch eine wichtige Rolle im Kampf gegen das Böse spielen wird. Viel Erfolg auf deiner Reise, mein Freund. Ja, dein Gefühl. Nee, wenn ich die Bergesteile dringend bringen soll, dann gebe ich sie eben nicht. Oder? Ich denke, ich habe da was für dich. Alles klar, schieß los. Ramon war sehr gesprächig. Er meinte, er hätte einige Bergkristalle in einem Gewässer nahe eines Berges gefunden. Ah ja, das hilft uns vielleicht weiter, danke. Interesse an Bergkristallen? Ja sicher, hast du was gefunden? Aber nein, ich soll die Farruko geben. Oder jetzt nicht? Hä? Ich kann mich auch gar nicht an die Quest erinnern. Ah, 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 ah. Farruko. Ich erinnere mich nicht daran. Ach, haben wir ihn gerade abgezogen? Ah, wir haben ihn abgezogen. Richtig? Ja. Jetzt kriege ich noch magische Kristalle dafür, oder was? Ja, sehr. Hm, deshalb habe ich mich abgezogen gefühlt. Ach, das ist alles drin. Ich kann ja einfach mal so gucken, ohne Astralsicht. Ich finde schon das meiste, denke ich mal. Die Gabel der Götter. Oh, das war sogar ein magischer Gegenstand. Ich glaube, die Entwickler hatten hier wirklich, wirklich Spaß bei, die Sachen so doof wie es geht zu benennen. Was ist denn hier neben für ein Gebäude? Ach, ist das die Schmiede? Ich glaube schon. Ach nee, das ist dieser Kadettenschlafplatz. Was soll ich denn da auch sogar eigentlich rein dürfen, oder? Naja, wie dem auch sage ich, ich gehe lieber mal vorsichtig vor... Oh. Der schnarcht aber. Offensichtlich ja schon. Was hast du denn für ein Problem? Ich schlafe jetzt. Nein. Schlafen. Oh, ich komme ins Reich der Schatten. Dachte ich mir auch. Wir waren da ja ewig nicht mehr. Ja, beruhig dich. Ey, da war Seelenstaub. Da ist noch welcher. Hier irgendwo. Das ist witzig. Ich kann hier auch nochmal die Astralisik benutzen. Ich glaube aber nicht, dass es mir Seelenstaub anzeigt. Ich muss dafür jetzt mal... Nee. Oh. Hier wird mir nichts besonders angezeigt. Ich habe geschlafen. Was habt ihr denn alle für ein Problem? So, jetzt schlafe ich halt bis zum Mittag. Denken alle, ich würde hier krass klauen. So. So. Huras, wir gehen zu hoch. Ich glaube nämlich, Flynn schläft noch. Ich würde zumindest wenigstens schlafen. In nächster Nähe. Irgendwas Besonderes, was ich übersehen könnte? Nee. Aber ich verstehe nicht, warum halt nur ein Teil angezeigt wird. Ist da jemand? Nein, hier ist niemand. Gar niemand. Ich gehe nochmal hier rein. Oh, da hinten ist dieser Azubi-Mensch. Oh, die Marki-Bären. Die muss ich haben. Da kann ich nichts für. Das ist... Das ist meine Art. Oh, das ist sogar einfach nur Marki. Zumindest steht es da nur so. Oh, oh. Wo sie schläft und er ist da hinten. Zur Wand gekehrt. Ich will den Krug. Haha. So, ich habe sie angeklickt, als er mich noch nicht gesehen hat. Ich habe gehofft, dass das klappen könnte. Was hat Horace denn immer? Der ist so aggressiv. Ich lade auch einfach den Spielstand Horace. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Ihr Mist, der klappt. Kämpfe endlich. Okay. Das Spiel speichert nicht, ob man in der geduckten Position war oder nicht. Das ist blöd. Ja, scheint sie wach zu sein. Benimm dich, solange du hier bist. Bumdi-Dom. Oh, ist das schöne Wäsche, die ich mir hier angucken. Oh, die ist ja, die ist ja. Ui, ui, ui. Und der bin ich hergekommen. Oh ja, ist das schön. Ne, das wollte ich nicht machen. So, jetzt hole ich mir diesen Pokal. Jetzt, wo sie weg ist, der kriegt ja eh kaum was mit. Ich weiß nicht mal, ob er den Truendiebstahl wirklich mitbekommen hat. Moment, da war gerade. Aha, hinterm Bett. Frag mich, ob das da so sein soll. Ha, Moment. Moment. Das ist ja blöd dahingestellt. So, hast du das mit der Truendiebstahl mitbekommen? Ich weiß nicht. Ich versuch's noch einmal. Okay, es stört. Er geht aber zumindest nicht direkt auf mich los. Okay, und solange Pansel drin ist, stürzt sie sich auch nicht, wenn hier drin Schritte sind. Weil sie denkt, er wird darauf aufpassen. Mindestens da hinten muss ich noch mal hin. Ah, schön, dass Pansel mich einfach machen lässt. Pssst. So etwas gehört sich aber nicht. Ich bin schon weg. Schön, dass er nur was sagt und nichts tut. So mag ich meine Aufpasser. Oder die Aufpasser, die auf mich aufpassen sollen. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Risen 3. Ich hoffe, es hat er... Ich kann die Enddinger nicht mehr sprechen. Naja, tschüss.